Wenn aus Vorbereitung Begeisterung wird. Wenn aus elf Mann der größte Chor der Welt wird. Wenn aus Zuschauern Farbe bekennen wird. Wenn aus einer kleinen Bewegung ein Ruck durch Deutschland geht. Wenn aus Bier Bitburger wird. Deutschland feiert die EM mit Bitburger. Dem Bier unserer Nationalmannschaft und ihrer Fans. Bitte ein Bit.